So, Freunde, wieder einmal einen wunderschönen guten Morgen. Heute haben wir den 19. Jänner und es ist wieder einmal etwas Schnee gekommen und halt leider wieder einmal so ein kleines Batzl, gell? Und jetzt geht auch ziemlich der Sturm. Schauen wir mal, wie es ausschaut. Ah, Mann, sind sie das Sturm wieder. Das ist ja fulle. Und jetzt geht es nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR